Hä? 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 Wie bitte? Wie bitte heißt das? Moins in YouTube und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von City War Beyond. Ich bin euer Franz Gamer und mit dabei der Akato. Hallöchen. Und der Zinni. Einen Zinni, hast du schon guten Tag? Und ja, wir sind zurück. Ich glaube, alle sind zurück jetzt, ne? Ja. Nee, ich bin noch im Twilight Forest. Achso, ja, nee, ähm, ja, ich bin auch noch im Twilight Forest. Ach ja, stimmt, du bist noch mal reingegangen. Stimmt, da war ja was. Genau, ich sammle. Ich suche auch noch irgendwelchen wertvollen Materialien. Ich habe hier auch noch elf Nagerschuppen, falls du die haben möchtest. Ja, ich, äh, komm jetzt zurück nach Hause. Ist das? Ja, nicht wahr an See. Hat keiner Hexet. Äh, nehm ich gerne für meine Nagelrüstung. Ja. Schwupps, ab nach Hause. Ping. Und in der letzten Folge hat uns ja der gute Mystery so ein bisschen geärgert. Bist du, Flens? Ich bin bei mir im Zimmer. Ich kümmer gleich. Ja, wir sind daraufhin zu ihm gefahren und haben ihn mal kräftig vermöbelt. Ja, und jetzt hat er hoffentlich seine Lektion gelernt. Ja. Hoffen wir es. Das war die nächsten drei Wochen nämlich im Krankenhaus verbringen und das hat er auch verdient. So sieht's aus. Weil Gewalt ist die einzige Lösung. Ja. Richtig. Okay, Regen ist nicht gut. Frag dir mal das Lapis hier rein. Deine Kiste, äh, Zini. Nein, das ist nett. Das ist sehr, sehr nett. So, oh. Dann gucken wir auch mal, wie wir nach Hause kommen. Meine Sohn liegen hier. 700. Jo, nehme ich. Sehr schön. Dann mache ich uns mal eine schöne, fette Nagelrüstung. Was kann ich denn mit, äh, den Trophäen machen und dem Mini-Herz oder dem Zepter? Der Trophäe, die kannst du hier hängen irgendwo. Achso, ah. Das Zepter kannst du wahrscheinlich benutzen. Kannst du an die Wand hängen. Okay. Naga Tunic. Fire Protection 3. Okay, ist jetzt nicht so Premium, aber gut. Immerhin Fire Protection. Protection. Die Hose hat, äh, Protect, Protection auf. Protect Storm. Oh. Ist so ein kleines Gebiet. Aber es gibt nur... Das ist ein Erfolg. Es gibt nur Hose und Oberteil, leider. Was anderes kann man aus dem Nagerschub nicht machen. So. Aber ist ja auch, äh, schon mal gut, finde ich. Ja, ist jetzt nicht die Premium-Rüstung, aber... So, fürs Sammeln ist das Ganze... Ist okay. Dafür, dass man Zimmer hat. Dafür, dass man Zimmer hat. Jetzt kann ich Essen, okay. Drei, ein Oberteil, woanders. Oder kann ich jetzt in das dunkle Gebiet rein? So, jetzt habe ich für jeden eine Naga-Rüstung. Oh. Ich kann hier durchfliegen. So, wo bin ich denn überstehen geblieben? Stimmt. Ich war ja noch... Bei dem Zäunen draußen wegen den Tieren. Dass ich da gleich mal gucke. Ja, warte. Vorhin kriegst du noch deine Naga-Rüstung, in Anführungszeichen. Oberteil und Hose. Okay. Yeah, Feuerschutz 3. Ich bin auch gleich zu Hause. So. Deine Naga-Rüstung packe ich mal bei dir in meine Kiste. Ja. 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 Dankeschön. Bitteschön. Dann packe ich aber mal ins Ding rein, gleich. Mystery. Der hat hier auch eine Kiste. Packe ich auch mal in seine Naga-Rüstung rein. Was habe ich das denn jetzt denn getan? So. Das wäre nicht gut, wenn der weg wäre, der Schlüssel. Nee, das stimmt. Aber? Ja, haben noch ein paar. Alles gut. Genau. Man kommt mit den Schlüsseln dann immer wieder in seine Dimension, nicht in eine neue dann, oder? Nur in seine. Keine andere. Also wird dann keine neue generiert, wenn man anderen Schlüssel benutzt. Nein. Ah, okay. So, sieben. Ich hätte jetzt gedacht, wenn jemand meinen Schlüssel findet, dass er dann auch in meine Dimension kommt. Nein, 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 nein. Okay. Regen. Ah, 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 ah. So, die Hose. Alter. Das geht ja ultra auf die Rüstung. Der Regen? Ja. Ja. Oh, scheiße. Bitte geh nicht kaputt. Ja, ein bisschen schade, ne? Mhm. Ein bisschen teuer. Zieh doch aus, zieh doch aus, zieh doch aus. Ich bin raus. Und hier ist auch schon das Portal. Ich hab die, äh, einfach ausgezogen, die Rüstung. So, wenn du dann zu Hause bist, lass uns mal, äh, kurz planen. Jo. Alles klar. Sekunde. Ich liege. Transformieren. Kini, möchtest du denn heute an deinem, äh, an deiner Schmiede weiterbauen, beziehungsweise mal die, äh, Waffenkammer machen? Ja. Ja, ziemlich fresh. Ja, gut, das schaffe ich aber heute nicht, die Waffenkammer fertig zu machen. Nein, aber mal so grob. Achso, hat, äh, ist es jetzt schon, äh, Nacht vorbei? Ja. Sehr gut. Und dann wollen wir jemanden Bogen machen, ne? Ja, genau, ich mach dir gleich einen Bogen. Äh, wollen wir die Erfahrungsbüsche... Irgendwo nach innen setzen? Ähm. Ja, wollen wir die ins Lager tun? Ja, könnten wir machen. Aber das könnten sie auch hier beim Zauberhaus irgendwo reinsetzen, oder? Beim Zauberturm. Oder ich hätte hier so einen Berg hier, diese kleine Vorhebung, hätte ich sonst einen kleinen Tunnel reingebaut. Ja, oder so. Mit der Tür, dann hätte ich die da reingesetzt. So eine Cave. Eine Erfahrungscave. Na, dann bau du doch die Erfahrungscave und mach die im Bogen. Oh man, da brauche ich noch ein bisschen, um meine Rüstung wieder zu reparieren. Alter Schwede. Guck mal, ich hab mir gerade die hier gemacht. Also nicht gemacht, aber die hab ich repariert. Das ist die, ähm... Äh, wie heißt sie denn? Ziefrisch. Nimm mal auf, die hat... Ah, das ist die, äh, Culture. Okay. Ja, die ist ja auch nicht schlecht. Ich brauch eine Schaufel. Irgendwo mal gefunden. Äh, unten in der Werkzeugküste sind, glaub ich, noch welche. Und hier ist noch was für dich. Und guck mal, ob du die auch verwenden kannst. Was? Huge Lieb. Ne, die kann ich... Ah, die pack ich unten in die Kiste. Ja, probier doch mal, ob die, äh... Ob die... Die fassen doch nicht hin, das ist nur ein Feldbreit. Ja, aber die... Da sind vier rausgekommen, wenn man mal so ein großes abgebaut hat. Vielleicht sind das so Einzeldinger, weißt du? Die sind ja nicht. Oh, ich pack fest. Ne, das sind vier feste. Okay. Habt ihr jetzt in unseren See hier vorne gepackt? Alles klar. So, dann wollen wir nochmal gucken, wie wir den guten Glänzhitzen-Crystal-Bow machen. Aus Kristall? Nein, aus, äh, Crystal Meth. Gerne doch. Nein. Alter, Kokshaar. Ähm. Hier sind übrigens auch noch Bilder, um eure Wohnungen zu verschönern, ne? Ja, sehr schön. Unten in der Zeugkiste. Muss man langsam an meinem Zimmer arbeiten wieder. Richtig scheiße aus. So richtig scheiße. Richtig, richtig scheiße. Also, ich versuch das mal hier mit, ähm, wie wir die Straßenlaternen machen. Ja. Ja, bau mal bitte eine vor. Einen Prototypen. Ja, ich muss selbst erst mal testen, wie es am besten aussehen könnte. Ja, man kann halt beide Varianten machen, beides sieht gut aus, aber ich glaube, wenn die so schön runterhängt, glaube ich, sieht das noch besser aus. Ja, ich glaube es nämlich auch, wenn es runterhängt, sieht es besser aus. Goldbau. Mit Goldbogen braucht man einen Lapisbau? Ist noch zu niedrig, oder? Müsst eins höher. Ja, wollte ich gerade sagen. Ich würde dich einen höher machen. Ja. Ansonsten sieht das gut aus. Ich glaube auch. Das ist alles kompliziert hier mit den Bögen. So, äh. Ausbau. Ja. Das ist aber jetzt ein helles Holz. Helles Holz? Ja. Ja, für den Test ist es ja erstmal in Ordnung, oder nicht? Ja. Ja, mir ist das egal, welches Holz ihr nehmt. So, ne. Mir ist das sowas von buggy, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Ja, ich mache es ja nicht, das macht der Test sie nie. Also fünf hoch muss es sein. Aber ich finde, das sieht echt schick aus. Könnt ihr auch einen Poisonbogen machen, aber der ist kacke. Ich versuche mal, ähm, ob man die Fans auch aus dunklem Holz machen können. Brauchen wir noch zwei Lapisblöcke. Oder zwei Laien. Wem machst du? Was? Zwei Lapisblöcke? Ja, kannst du haben. Ja. Ja, Kiste. Für den, äh, Crystal Bow von guten Flens. Und er, den stärksten Bogen der Räne. Hier, kannst du auch haben. Oder hast du schon? Ja, hab ich schon genommen. Ah, okay. Mal wieder eine Leine in deiner Kammer. Wir haben uns jetzt gar kein Thema für die Folge ausgedacht, ne? Stimmt. Nee. Wir hatten vorhin auch drüber gesch... Ach, da hab ich doch das Buzzword. Blanks. Ja, so schnell kann das gehen, dass das Thema dann doch zerfällt, wa? Ja. Aber ich denke mal, wir haben alle den Entertainment-Faktor eines Stefan Rath. Ja, mindestens. Mindestens. Wenn nicht sogar das Doppelte. Ach du mal, geht das... Mindestens das Doppelte. So, und dann mach ich da einen Goldbogen draus. Ach nee. Das geht hier noch gar nicht in der Version, dass man verschiedenfarbene Fences hat. Geht nicht? Nee. Okay. Das hier ist ja noch eine alte Minecraft-Version. Alt. Okay. Alt sagt einfach nichts. Okay, und dann Diamant und Iron. Wow. Drei Diamanten. Oben. Bricks. Crystal Bow aus Crystal Meth. Oder man, daraus kann man auch den Emerald Bow machen. Aus dem Emerald Bow den Healing Bow und aus dem Healing Bow nichts mehr. Also ich glaube, der Healing Bow kann nur heilen, der ist, glaube ich, nicht krass. Emerald Bow. Der Name würde das auf jeden Fall. Ich darf ja nicht fragen, ich habe keine Ahnung. Emerald Bow, keine Ahnung, was man damit macht. Aber dafür braucht man einen Block aus Emerald und das... Fünf. Kann man uns nicht leisten. Tricksinnig. Alles klar. Ähm... Da ein. Rück. Was habt ihr denn jetzt noch so die Folge vor? Den Rest der Folge. Äh, ich baue gerade... ...die... ...Leuchtung hier. Aha, okay. Ich baue ja gerade diesen Raum für die Blumen hier, deren Namen ich gerade wieder vergessen habe. Ach, die Erfangenbüsche. Essenzbüsche. Genau. Essenzbüsche, genau. Ja, ansonsten... Ja, ein bisschen an der Schmiede weiter werkeln vielleicht. Ja. Was man halt so macht, wenn wir nicht arbeiten, also wenn wir nicht kämpfen, dann haben wir ja Freizeit und da können wir ein bisschen... ...kriegen wir auch nicht bezahlt, was wir hier machen. Echt nicht? Nee. Ja, was mache ich denn hier? Kommt drauf an, wenn du monetarisiert hast, schon. Kommt auf die, äh, Viewerzahlen an. Wo ist denn jetzt... ...de kleine Flens? Wie fändest du das hier? Das sieht schön aus. Schön, äh... Also nicht so pompös, sondern schön minimalistisch. Ja, find ich halt auch. Das hat, äh... Hat was. So, ich verzauber deinen Bogen noch schnell. Äh... Auf Infinity, bossen müssen. Und... Breaking, okay. Ja, das hat was. Aus Bären fressen. Bauer drauf knallen. Ach, die Bären kann man, äh, fressen? Ja, mit Rechtspfiff kannst du die fressen, dann kriegst du Erfahrung. Ich dachte, ich muss eben auf die Pflanzen packen, damit ich Erfahrung krieg. Was hast du denn erzählt? Nee, das hab ich so getestet. Erzählt mir das gar keine, dass ich die essen muss oder so. Hier, der beste Bogen, den die Stadt je gesehen hat. Und... Warte. Uh, endlich. Da hast du auch Infinity drauf, das heißt, du brauchst immer nur ein Pfeil im Inventar. Nice. Hieß mal auf mich. Äh... Ein Herz! What the fuck? Christian, mach ich dir? Einen halben. Hey, dein Bogen ist auf jeden Fall stärker als meiner. Nice! Ein ganzes Herz, alter Schwede, nicht schlecht. Nicht so schlecht. Nicht so schlechter sein, das... So schlecht. Und dann auch mit Infinity, also Power hab ich jetzt voll gemacht. Unbreaking 2 und Infinity halt. Ich glaub, das dürfte auch erstmal... Ja, das ist doch mal reichen. Ach, weißt du, ich mach die jetzt erstmal hier. Ach, siehste, ich wollt ja... Ich wollt ja noch... ...bei Mysteries Chocobo etwas ganz Besonderes machen. Wollte ich grad sagen, da war doch was. Du hattest doch da was vorgehabt. Ja. Gelbes hier. Gelbes. Ja, das setz ich auch bald noch um. Ich muss nur kurz nach meinen Bären mal gucken. Allerdings nach den Essenzen wollen wir auch weitermachen. Auch gucken, dass da was geht. Wir haben ja noch mal einen Sinn. Steigt doch ab! Steigt doch ab! Wo steigt der nicht ab? Er steigt ab. Er will nicht nach oben. Oder könnt ihr mal kurz schlafen gehen? Gerade nicht. Ohne Momento. Mir bringt es ja nichts, wenn nur einer schlägt. Ach ja, stimmt. Ich geh aber jetzt. Dann komme ich direkt... Aber gucken wir uns das hier mal an in der Nacht. Oh, das sieht echt schick aus. Ja. Bang. Der hier in der Mitte läuft. Top, geil. It was a very, very nice idea. Indeed, sir. Du hast jemanden mitgenommen, Cindy. Gerne doch. Aber der kam mir hinterher. Okay. Der ist durch die Tür gelaufen, ist in dein Zimmer mit hinterher gelaufen. Auf einmal stand er vor mir. Ich lieg schon. What the fuck? Was ist in meinem Zimmer? What, what, what? Äh, Frenz liegst du auch? Ich kann nicht in mein Zimmer gehen. Ich muss in dein Zimmer gehen. Oh, ist doch egal. Ja. Da steht irgendwie so ein Pferd oder sowas. Ja, ich muss... Es steht ein Pferd auf dem Flur. Nee, in meinem Zimmer. Echt. Seid ihr da? Ja. Okay. Bis Tag? Ja. Ja. Okay. Man kann sich übrigens, wenn man auf dem Chocobo sitzt, nicht in eine Dimension porten. Ist das immer noch da drin? Ja. Kann ich das einfach töten, oder? Ja. Was ist denn jetzt mit meiner Ansicht los? Das ist ein Schleimpferd gewesen, glaube ich. Ja. Ah. Ich krieg's noch schön Slimes raus. Das muss man auch erst mal wissen, nicht? Wollte mal was essen. Bist du eigentlich mit deinem Schwert zufrieden, Akato? Ja, sehr zufrieden sogar. Das ist schön. Sehr, sehr zufrieden. Auf was habt ihr? Ja. Zoom-en. Was? Was ist jetzt die Akustik? Shit. What do you say? Zoom-en. Auf welchem Knopf ihr das habt? Wahrscheinlich auch auf, äh... Schiften, ne? Auch Sinn. Ich hab's immer noch nicht akustisch verstanden, aber ist egal. Ist egal, war nicht wichtig. Wollte ich auch gerade sagen, ich hab kein Wort verstanden, aber ist in Ordnung. Ich stimme dir, komm dazu. Ich hab nur in meinen, äh, nicht vorhandenen Bart geprabbelt. Hallo? What the fuck is... Alter Schwede! Willst du mein Bart haben? Nee, danke. Ich bin eigentlich ganz zufrieden mit meinem nicht vorhandenen Bart. Alter! Was ist denn los mit diesen Zauntoren? Ich bin der Bartman, ne? Ja, der Bartman. Der ugehalte Bartman. Kennt ihr es noch? Ja. Ja. Hä? 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 Von. Wie bitte? Ich hab gerade Karten abgeworfen, aber jetzt nichts rausgekommen. Wie bitte heißt das? Boah, was ist denn hier los gerade? Mag der Server wieder, oder was? Weiß ich nicht. Ihm ging das Zauntor nicht auf. Ich hab das Zauntor auch nicht gedroppt bekommen. Ja, wahrscheinlich ist das wieder Server. Aber eigentlich geht es bei mir noch ganz gut. Jetzt sitze ich wieder auf meinem Chocobo. Runter. Okay, lag am Server. Was war das denn eben? Alter. Kann ich die Pflanzen gleich einfach irgendwie abbauen, oder? Ja, die kannst du einfach abreißen. Kriegst du denn ins Inventar. Dort. Jetzt haben wir auf jeden Fall auch genug Möhren und Kartoffeln, um Tiere anzulocken und Tiere zu füttern und Tiere zu vermehren. Das stimmt. Das wollte ich eigentlich auch noch machen, aber irgendwie... Ja, man kommt nicht dazu. Man hat immer was zu tun. Richtig. So sieht's aus. Immer andere Aufgaben, die man noch nebenbei erledigen kann. Und muss. Genau. Darf. Darf? So nennt man das heutzutage. Interessant. So. Full of luck. Ist die Spitzhacke. Kann man denn schon mal in die Hölle gehen, oder? Redstone kann ich noch zwei draufpacken. Was fahren wir? Ah. So, jetzt ist sie komplett ausgebaut. Gut. So, ich habe den kleinen Raum auch gemacht. Erstmal nur so klein gemacht. Kann man ja noch vergrößern, wenn später halt noch mehr dazu kommt. Ich möchte das gerne ausprobieren. Ich gehe mal hier runter. Ich würde mich wahrscheinlich wieder irgendwas erwarten. Ich sehe gar nichts. Jetzt erwartet sie jetzt. Der Zombie. Ja, da kommt er. Die Apokalypse. Fini, bist du zu Herr Creepermann ins Sprechzimmer? Der Fini bitte. So, jetzt brauche ich nochmal eine Tür. Ist die eigentlich mit welchem Programm Herr Bergmann seine Minecraft-Filme macht? Also, wie er das animiert? Ich wünschte, ich könnte das. Ich habe so viele krasse Ideen. Das voll gerne umsetzen. Auch hier für CWB wäre das voll super. Ja. Weißt du was? Ich mache mal kurz die Shader aus. Nicht gerade einfach. Ich sehe hier unten, wenn ich schon gar nichts. So, dann bauen wir mal hier das Ember ab. Kann man übrigens bei dir auch in der Folge nicht, wo du den ersten Nager getötet hast. Da hat man dann in der Nacht auch nicht viel gesehen wie in dem Shader. Den muss man echt im Dunkeln ausmachen. Ja. Ey, wie das hier geht, ey. Sehr blöd. Was wollte ich denn jetzt? Also, ich finde ja prinzipiell alle Shader blöd. Du bist blöd. Ich denke, du bist blöd. Ach, ist doch Holz. Ich wollte gerade sagen, habe ich kein Holz mehr oder was? Kein Holz vor der Hütte oder was? Das wollen wir hier müssen wir ja sowieso abbauen und... Ach, ne. Ich wollte schon kurz weitergehen. Eine Holz-Tür. Eine freche, nette Holz-Tür. So, ich sehe gerade, die Folge geht schon 23 Minuten lang. Ja, ich wollte das gerade sagen. Ich muss noch gerade was fertig und dann können wir gerne beenden. Ich nicht. Anders nicht. Wie das geht. Ich weiß nicht, wie meine Folgen werden sollen. Nein. Nein. Ich muss jetzt für immer aufnehmen. Für den Rest meines Lebens. Wie setzt ihr die Türen auf so eine Werkbank? Äh, ist gebürgt. Also müsstest du liegen. Aha. Nice. Aha. Ja. Ich bin's wieder, euer Otto. Ich bin der Otto. Ach ja, bester Mann. Oh ja. Kann ich nur zustimmen. So, hier kommt man nicht durch. Der, der da nicht zustimmt, ist doch ein schlechter Mensch. Ja. Okay. Wie sieht's bei euch aus? Also bei dir, Lenz? Ich wollte gerade in mein Zimmer gehen und wollte die Atmo machen. Dann leg los. Also, liebe Leute. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß wieder. Ich wünsche euch noch viel Spaß. Mit den nächsten Folgen oder bis zum... Ach, keine Ahnung. Jetzt krieg ich ja selber so ein Versprechen. Nein, bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Und haut rein. Macht's gut. Ciao.